So und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge VRising. Heute wird es Frostmaw der Bergterror werden und hoffentlich wird es dieses mal ein erstes mal bei dem es uns gelingt. So haben wir zuerst noch ein paar Viecher Sammler oder wie da auch? Ja, es hat halt noch schnell meinen Bluetooth füllen und dann... Gut. Wenn man schon dann denkt. Das Viecher hat schon ziemlich groß ausgeloget also. Ja, oi. Ja, ich glaube ein bisschen müssen wir schon fighten. Bist du mit dem Pferd unterwegs oder? Nein. Halt mal, was du schützt da oben? Halt mal, wir gehen mit dem Teleporter. Ja, naja, Blut holen. Oh, ja. Ich habe mir verlaufen. Ich habe mir verlaufen. Besser wie nix. Nein. Ich habe natürlich jetzt in dem Fight zwei Bücher gefunden, gell? Ja. Ja. Und du den dann schnell zurück. Ja. Da gibt das Pferd auch wieder mit. Ja. 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 Ich habe da auch noch schnell alles in die erste Truhe da hin. Ja, habe ich auch. Ich weiß immer noch nicht, was das Heulen bringt, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon Telepathie gehört. Yes. Und ich laufe schon in die falsche Richtung. Ja. Das ist schon gut. Oh, die Frage ist, welches Portal hast du jetzt genommen? Na ja, das direkt bei mir. Nein, das habe ich nicht noch. Ah ja, ich habe es. Aber geh nach dem Linie und nimm das drüber. Ich habe ja extra eins. Nebst mir. Ja. Oh nein, ich habe ihn gefunden. Da ist er da. Und er hat schon anger auf mich. Warte mal. Denn neben dir ist es für mich kaputt, Argos. Also bei mir schon. Dann musst du flott kommen. Ja. Juch. Der macht... krasses Zug gemacht. Und jetzt steckt er fest. Perfekt. Er steckt echt fest. Er tut nichts mehr. Er hat nur noch zwei Drittel lieber. Wow. Er bleibt einfach da und tut nichts. Die Hälfte lieber. Ich glaube, du ziehst ihn gar nicht mehr. Nein, meinst du? Ein richtiger Asi-Muff. Ja, ich kann nochmal... Ich griff ihn jetzt mal nicht an. Der erste Kunde ist die komplette Welt da. Ja, genau. Du hast ja gewartet auf den... Erste. Komm jetzt her da. Mit dem Rennen. Bewegt den Arsch. Dann kannst du mit der letzte Hit gehen. Ja, servus! das haben wir mal gesehen jetzt kämpft Bolem gegen Bolem das schwierigste Boss ever so das war mal ein schneller Fall ja eisenober haben wir gekriegt und ein rezept für schriftrollen was haben wir gekriegt eis klingt ja nicht schlecht wenn wir es beide spiele würden na jetzt kann ich aber nicht teleportieren ja da ist nichts wichtiges dabei oder na ich nicht da läuft es perfekt mit zwei profis na dann müssen wir ja wohl fast der nächste runter machen oder ja aber der ist nochmal zwei level der ist drei level über uns der war jetzt eins über uns ja ist ja kurz gegangen oder da ist ja richtig hässlich okay Okay, wir wohnen Edelsteinstaub und Papier für Schriftrolle, aber das ist irgendwie... ...findet sich das glaube ich nicht so. Nein, da hat sich leider kein Staub gebildet. Der Edelsteinstaub, wo meine? Passt, nächster und gleich nachher. Ich muss nur das Herz da rein tun. Oh, wenn wir den schaffen, dann kriegen wir den Amboss. Und wir kriegen einen Silberbarren und noch bessere Waffen. Dunkle Silberschwert. Aber zum das dunkle Silber machen, habe ich gesehen, dann brauchst du... Könnt ihr mal wieder teleportieren. Ja. Achso, weißt du schon, wo der ist? Ja, Richtung wird mir angezeigt und ich glaube, wenn wir das... ...dann die Farmportal da oben nehmen, dann müsste das glaube ich ziemlich gut aussehen. Ja. Also, es muss nur zu wissen. Mit allen Mitteln überholt, ja. Und der soll zweimal casten, denn nice. Nein. Überholt. Wenn wir das einmal entdeckt, dann muss ich auch schon wissen. Das ist glaube ich du mal entdeckt. So, ich vermute jetzt Richtung Osten. Na, Blödsinn. Sorry, Richtung Norden. Was ist denn los? Uiuiui. Ich glaube es ist ein Rechtsheber. Vorne... Oh, Barbar 90 ist da einer. Der vorne links wäre Barbar 90. Ja, den machen wir. Oh, da kommt ein Großer. Schnell weg. Arrivederci. Okay. Achso, Entschuldigung. Können wir stoppen? Ja, es ist dein... Ich habe es auch gar gesehen. Ja, ich habe geredet, aber es... Sie haben mich im Pustertag gehört. Achso. Ups. Gut, da ist... Dann warten wir der Große ab. Lauf gerade weg, wieder. Wo bist du? Da bei dir. Da steckt sich da im Gebüsch. Ah, ich sehe... Du hast eh das Barbar, oder? Da heilst du dir die ganze Tische. Ja. Ah, jetzt haben wir trotzdem ein Großer Fall. Und... Da hat er Steine in den Hof gesammelt. Ja. Ach. Die können wir bohren. Die sind wertvoll. Ja. 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 Warte mal. Was ist das? Ja. Was ist das? Zum Glück ist das bei dem Spiel nicht so wichtig. Aber ich habe das Headset verkehrt rum angeht. Hahaha. Ich habe mir gerade gedacht... Der schlagt links von mir, aber der steht rechts. Ich komme gar nicht hin. Hey, du hast doch... Dein Mikro... Ah, nein. Ich habe ja kein Mikro mehr am Ding. Achso. Oh, lol. Ja, klar. Oh. Ich habe mich sauber, wo es trägst. Oh, 54 bis. Oh, ey. Gerade noch... Skippt man das? Abklinkzeiten. Magst du ja nicht auf das Ice-Dick umstellen? Äh... Anstatt dem Healing? Ja, ich glaube unsere... Die Combo ist, glaube ich, ziemlich gut. Ja, kann ich schon machen. Weil das Item ist um 13. Ja, stimmt. Besser wie nix, aber... Ich kann dafür jetzt einen Trank geben, wenn du magst. Hm? Ich kann einen Trank geben dafür. Na, passt gut. Was ist das jetzt? Blutrosen tragen. Der heilt die wirklich. Ja? Kannst du auch? Ich benutze mit den Wäsche. Du hast kein Leben mehr. Oh, da kommen dann wieder welche. Na, scheinste Feuerhine. Ja. Ja. Jetzt würde ich dann gerne mal ein Ulti kriegen. Ist er das? Das ist er. Ja. Da vorne. Da vorne. Der Einzelne. Was? Der Steine hat er mir nicht gesehen, oder? Da im Eck. Heil dich mal. Das ist nicht eine volle Idee. Denk mir, hä? Hä? Er hätte jetzt auch gemeint, er sei ein gefährlicher Hausluck. Aber... Was eigentlich riss der uns den Arsch auf. Ja. Oh, noch 5 Minuten. Was? Noch 5 Minuten, er hält mir den Trank. Was? Ja, warte. Dann habe ich mich jetzt da. Bin ich jetzt da? Bin ich... ready? Was? Ja, aber der wirft mir gar nicht. Au. Ah, shit. Ich habe die Zähne getroffen. Alter. Oh. Aha. Oh, oh, oh. Ich habe sage mal. Oh. ich habe die kiel die abgeschossen was ist mit dem spiel dass der trank oder wie wir haben keine ahnung ja gut super was hat er denn in seiner kistekette bewacht spiegelschlag haben wir gekriegt saubernötig was ist der spiegelschlag denn ah das was er gemacht hat springen vorwärtsprinke vorwärts und springe zwischen nahen feiern hin und her die du für ihn sich um 600 prozent magischen schaden triffst der auf ziel innerhalb des preis für 30 verteilt wird schweigt das getroffene zu 30 prozent nachher in eine zielrichtung ich muss das muss man das dadurch sagen wenn da jetzt irgendwo noch welche rumliegen ja wenn da Gegner sind ja da vorne sind weg ah da sind doch weg ja das hat füllt null damage gemacht aber ich glaube ich bin einfach das ist aber nicht viel ich bin einfach vielleicht ich bin gedasht aber irgendwie noch einmal ja wenn noch ein Gegner das na 3 und der bereich war aber auch irgendwie farbiger vielleicht hätte ich das öfter drucken müssen wir kommen einmal zu dunklen silber äh du musst eisen jetzt hey könne das waren sehr minde 90 prozent von vorhin was die 90 prozent ja minde 90 prozent bei Waffen vorhin ach so wir haben ja eh geschüchtert darum ist er dann einfach stehen bleibt und ich dachte ach komm hier gib mich was eigentlich war 16 ja kann ich mir gut vorstellen ja dann hauen wir es wieder runter ja jetzt ist schon wo wir da waren ja auch soll man es mal noch einmal eisen frohler halber mal wo wir da nur eisen ähm ich weiß es selber nicht genau nein aber nicht das eisenerz sondern so ein anderes ein silbererz bruchst dafür logischerweise ja wo kriegen wir das her wo es ein silber gibt ja ich krieg nur keine silbermünzen oder gar der kleine und du normale edelsteine ah dann hm vielleicht da in der ja im silberlichthügel wäre vielleicht silber hm hm das klingt ja noch willst du schon teleportieren oder wie nein ich bin gerade am flöger in der weil ja in dem den 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 Du hast recht, wir brauchen das Silverlight Dingsbums da Du hast das Silverlight Dingsbums im Bereich, da müssen wir gehen Ah ja, jetzt hat der zwar der Kupferminik gehe und dann... Aha Wir landen auch immer überall die Pferde stehen, da irgendwo auf dem Werk steht auch noch eins um einen anderen, wo er uns gehört Ich bin in die falsche Richtung Navigationsgerät Das Problem ist, wenn du mal Karte durchkönigst, ist das links oben Also links, links oben Was ist das? Ja, da waren wir noch gar nicht Achso, ja Ich rede schon wieder so einem Blödsinn, Samad Aber was ist das? Level 80? Ein Wehrwolf Was? Küss Ich küss Ich habe gerade durch Zufall gefunden Ich habe die Sonnenpriester nicht wieder gefunden Oh weh Nein, nein, alles gut Komplett verritten Ja, du läuft schon ein kompletter Blödsinn Ja, ja, aber das habe ich auch schon gehört Ja, das habe ich auch schon gehört Ja, das ist ein richtig krasser Blödsinn, gell? Geht jetzt da einmal rundum anscheinend Boah Boah Da bin ich nicht gehört Ich bin gerade dazu noch die Sonne Ich will ihn noch ein bisschen Kupfer mitbringen Ich habe ihn vorhin hochgefahren und man denkt eigentlich ist das dumm Ja Weil wir brauchen es nicht mehr Ich meine, es wird sicher schöner irgendwas denn gehen, wo man damit machen könnte Aber Jetzt bin ich gleich mal wieder da Und wir schlagen wieder die Feuerpfeile hin Jetzt bin ich in eine Wand hin geritten Mei, die blöde Druckerei Die vergessen sind dauernd Jetzt warst du nur vor mir da Ja Ja What the fuck So, ich bin noch mit einem Pferd gekommen Bist du als Wolf Ja, ich auch Ich habe ihn abgekriegt Aber Na mal So, wir können wieder die Edelsteine übertragen Übertragen ist ja fein, das stimmt Stimmt Okay. Ich habe neun Geiselsteine gemacht. Sehr gut. Für den kleinen Brummer glaube ich voll viele. Ja, für die Ketten. Ja, und auch für das Dunkelsilber. Ah, schon. Anscheinend. Ein Buch habe ich noch. Ja, da haben wir schon das Rezept in der Schmelzofen drin. Ja, aber haben wir es freigeschaltet auch schon? Ja, ja, haben wir. 15 Silbererz. Einen Geiselstein für einen Dunkelsilberwaren. Wie krass. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie eine Möglichkeit suchen, wie man diesen Grabstaub kriegt. Den Brummer für einen Geiselstein. Ja, den kriegst du ja, indem du Knochen und noch irgendwas in der Mühle zu ermüllst. Ähm. Den kriegst du durch Knochen einfach nur. Du musst nur Knochen hinein tun. Ah, nur lokalen. Den sehen wir da mal nach einem Hufe her. Ja. Da haben wir wieder... Knochen hertun. Ja. Ja. Ja, die Spinnenkönigin. Ungora, die Spinnenkönigin. Die Spinnenkönigin. Oder machen wir uns auf dem Weg nach oben links. Ich muss sagen, es ist 5 vor. So, ja. Ja. Und wir werden morgen morgen wieder trainieren. Ja, passt. Aha. Okay. Ja, kurze verbuggte Folge in dem Fall, aber... Easy peasig sich. So soll es sein. Deine Angst geht vor uns, wir waren zu stark. Konfliktτι hinten. Cox, das ist eine grosse Hölle. Möchtung. ktionärn. Mann, flag positiv. Sie sind mitgekriegt. explicieren Sie supriktioniert. Du hast die größte Örlpaisen. Die Stadt ist zu Sant anatomy und deaf. Orten. Im Fen BEC Herol zuürofen. Sie sind nehm lockmotgruppe.